Wir machen vegane Bücher, nachhaltig, ökologisch abbaubar, kommen aus Deutschland und machen Kinder- und Jugendromane und verschiedene Notizbücher, die wir aus Rasenpapier herstellen. Wir produzieren unsere Bücher klimaneutral, mit Biodruckfarben, mit nachhaltigem Papier. Wir achten auf faire Produktion und kurze Transportwege. Unsere Ressourcen kommen alle aus Deutschland und werden in und um unseren Standort herum produziert und hergestellt. Vielen Dank. 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 Vielen Dank.